schön dass ihr wieder da seid let's play 133 mit dem system streuner folgendes ging mir durch den kopf deswegen sind wir noch in der pause hier war gerade unser schöner baustau und dann habe ich darüber nachgedacht ja ich muss daher die leitung anschließen dass da öl rein fließt und da wusste ich nicht mehr wie ich das hier konstruiert hatte das müssen wir uns mal eben anschauen deswegen bevor da jetzt irgendwas gebaut wird was ich abreißen muss ja das habe ich befürchtet also hätte ich hier den anderen verteiler hingesetzt also ich habe damals wahrscheinlich gedacht ich habe nicht viel gedacht ich habe irgendeinen genommen ich bräuchte aber einen mit einem ausgang raus nicht mit einem eingang weil ich ja das öl hier einführen will in den tank und von hier möchte ich die versorgung daraus machen aber das ding ist noch nicht im bau die leitung ist im bau die straße ist schon dran da habe ich mir überlegt okay da ist es denn schon den brunnen gefallen hier quasi fast aber das bringt nichts mit einem angefangenen straßenanschluss wobei vielleicht doch wenn ich den hier weg macht diese verbindung da brauche ich noch kein abriss beruhen hier auch noch nicht so jetzt geht die leitung halt erst mal ins nix das ist okay so und jetzt brauche ich hier eine andere pumpe dass ich da hinten hinkomme zum ölkraftwerk einmal flüssig güter pumpe mit mehreren ausgehen unterirdisch weil wir ja schon unter der erde sind die muss da reingehen okay er will das letzte stück jetzt nicht fressen finde ich interessant und ich muss aber auch noch die da erwischen das heißt ich muss jetzt ein bisschen mehr platz lassen dass ich da ein bogen ziehen kann so schauen wir mal ob so die leitung wieder dran gehen geht die enger die geht nicht enger okay ich könnte hier rangehen dann gehe ich mit der anderen unten durch aber ich komme so hier dran dann brauche ich den straßenanschluss wieder und eigentlich würde ich gerne den abverwenden aber das wirkt so leicht nach dem toten ende wieso ist denn der so komisch dieser anschluss ziehen wir ihn mal hier dran ach wieso ärgert er mich denn jetzt so machen wir den weg eigentlich hoffe ich dass das so funktioniert dann können wir mal weiter laufen lassen dann kann es hier auch gebaut werden wenn die da halt dran kommen so dann planen wir das wort fertig und dann gucken wir dass die leitung hier drüben dran kommt an unser ölkraftwerk da ist das öl rüber fließt wo ist es denn hier da ist wieder bahnbrücke im weg ok aber irgendwo war ein stückchen wo ich gerade gesehen habe da leuchtet es hier fahren wir erstmal so lang anderes gebäude im weg wie lang geht der spaß und welches gebäude ist im werk hier ist noch keins im weg aber hier wird schon zu lang das heißt wir bräuchten irgendwo hier nochmal eine verlängerungspumpe die dann zu der da rüber geht dann setzen wir hier einfach nochmal so ein pümpchen rein vorausgesetzt das passt rein einmal vielleicht die unterirdische also tut mir leid da kann ich jetzt keine oberirdische bauen auch wenn ich eigentlich ein bisschen oberirdisch spaß machen wollte hier so das haben wir dran dann müssen wir den weg wieder abreißen noch ein stückchen weiter und dann hier rangehen und dann müssen wir also zum glück war das noch nicht gebaut sonst hätte ich abrissbüro machen müssen wir könnten aber trotzdem da ist die pumpe könnte man trotzdem gucken ob wir irgendeine lustige leitung hier hin kriegen die oberirdisch geht ich ziehe den hier erst mal hoch auf 0 meter dann hoffe ich dass ich da dran kommen ziehen wir es immer auf die seite rüber das muss jetzt nicht schön sehen dann haben wir hier schön sondern haben wir hier ein kreuz drin aber vielleicht kann ich an der anderen entlang fahren so wie bei brücken ich habe es jetzt noch nicht probiert kommt der da lang wenn ich da dran snap aber das scheint zu gehen okay dann machen wir hier ein schönes rohrsystem darüber und da will er jetzt nicht vielleicht von hier ach da muss er hoch ich schätze da muss er hoch da müssen wir das rohr jetzt hoch legen jetzt will er nicht hoch weil ich jetzt neppe hahaha und jetzt krieg ich die verbindung nicht wo es meine verbindung da ist kriege ich die auch ohne den snap ja ärgert mich da etwa jetzt die eine stromleitung hier joo also wieso nicht also ja kann man machen muss man aber nicht machen wir sie mal so hin so geht sie grad und dann muss man den punkt nehmen und hier rüber ziehen machen wir eine schöne hohe pipeline ach und der geht ja auch direkt da wollen wir nicht hin da wollen wir nicht hin wollen wir hier dran vorbei eigentlich will ich hier unten rein gehen wir mal hier oben ein bisschen rüber und schon runter auf 6 meter und dann einmal auf 0 meter jetzt werde ich dieses kleine stückchen langt wieder nicht oder vielleicht doch es langt okay dann haben wir jetzt eine schöne oberirdische leitung fürs öl damit sollte das auch ans ölkraftwerk ankommen können wir mal schauen was der baufortschritt so macht also die kippen da fleißig rein aber seht ihr der beton geht leer die kommen mit dem beton nicht hinterher also die mitarbeiter arbeiten den ganzen beton weg der kommt rein und zack ist er wieder weg es wird da rein gekippt 20 tonnen oder 10 und wieder weg würde ich hier doch nochmal paar betonmischer nachholen auch wenn ich hier oben eigentlich keine brauchen würde hm wie viel gehen denn rein 2 stück ist jetzt nicht die welt und dann muss ich schauen dass der hier auch als quelle den beton hat ach den hat er schon ok ah interessant er hatte betonmischer drin aber die habe ich raus gezogen und die quelle habe ich dringelassen ja da muss man immer ein bisschen aufpassen aber ich denke mal die wirtschaft die läuft hier gerade ganz gut irgendwie also ich habe jetzt hier irgendwie nicht so die schmerzen nicht genug gefängniswerter was hast du denn jetzt ist aber keiner ausgebrochen sind noch alle da ein bau beendet ja dann macht man die auch noch mit da hinten kommen wir auch noch nicht ran aber wir können wieder alle baubüros hinzufügen dass die alle mitarbeiten alles schön da wird schon der asphalt bis zum ende durchgezogen dann fehlt mir noch das kleine stückchen dann sind wir im abpasserrohr wie sieht es mit den dröhren aus ja da kommen wir halt noch nicht hin wegen den zweien hier was hat mich denn hier eigentlich geritten habe ich da eine schienenstraße gebaut eine trolleybus straße na geil naja sagen wir es sieht einfach abgespaced aus aber es hat jetzt nicht wirklich verwendung ich hoffe mal die symbole verschwinden wenn der strom hier dran ist weil dann sieht es eklig aus wenn die strom symbol auf der straße bleiben eigentlich könnte ich für den baum hier ein matschweg hin machen dass die da hinkommen ja sie zeigen zwar rot an aber es geht jetzt was macht denn eigentlich die unterführung ist die schon durch tatsache die ist schon fertig hier komplett fertig von hier einmal da aussteigen und einmal hier aussteigen ich bin gespannt wie sich diese stadt hier entwickeln wird und was macht das häuschen ach da habe ich den äh ressourcen aktuell benötigt macht das keiner kann ach der weg ist noch nicht fertig oh nein ich habe ja jetzt weiß ich warum ich habe da keinen normalen weg gemacht sondern ich habe den autosnap hat einen lämpchen weg gemacht jetzt haben die halt eine lampe vor der haustür oder auch nicht auf jeden fall kostet das upgrade was was macht der neue wald ja ich denke der wächst und gedeiht das sieht schon ganz gut aus wie sieht es aus bei der bauindustrie jetzt bin ich mal gespannt ob die auf 100 prozent arbeiten können wenn da zwei gleichzeitig rein fahren wahrscheinlich ist der eine voll bevor der andere geparkt hat ja eigentlich hätte ich da vielleicht auch einen zweiten hin machen müssen aber ihr seht ja selber wie das mit dem galahmer ist dann braucht ihr den keys aus der einen seite braucht ihr aus der anderen seite braucht ihr aus der anderen seite und wenn ihr dann noch mehrere hinsetzen wollt und dann noch laufwege habt zu den fabriken ich denke das ist hier voll genug ja aber das finde ich funktioniert ganz gut hier der zug zieht raus und trotzdem können die leute noch gut entladen weil halt noch genug gefalde ist dass ihr wieviel dahin lädt auch maschwind 36 tonnen der zug zieht auch nebenher wird aber schon nach produziert obwohl beide raus ziehen geht es nur langsam runter aber die sind irgendwie auch nicht ach das ist nur das geladene das wollte ich doch sehen ja man sieht das wird langsam leerer und die laufen wahrscheinlich auf 100 prozent und schaffen rein ja mal den müll check solange sie bauen wie sieht es hier aus müllwagen chillen ne bagger chillt nicht die chillen die chillen das ist gut wenn die chillen haben wir nicht zu viel müll was machen die müllwagen vorne die chillen nicht die sind alle unterwegs ja ich glaube ich hatte damals finanznot als ich das ding ausgestattet hatte und habe nur drei stück rein gemacht da möchte ich einfach kapazität haben dass der müll weg kommt einmal kmh und müllwagen wo ist er denn da ist an der seite runter gerutscht ok einen schnelleren als den haben ah ich habe nicht erkannt weil ich ihn umlackiert habe nochmal wieder die standardfarbe für hier den weißen ich würde mal nochmal vier dazu holen einfach dass ich da jetzt nicht so groß danach gucken muss ja man sieht hier ist einer voll der könnte abgeholt werden ich habe ja riesige lager also da ist ok mal weiter schauen beziehungsweise was macht der genau ah der geht bis dahinten hin ok aber dahinten kommt auch der andere oh die hütte sieht ja auch putzig aus im schnee guck mal die ist so halb eingeschneit und innen leuchten die fensterchen wobei ich irgendwie die veranda jetzt gar nicht so cool finde also irgendwie verschandelt mir dieses wellblech dach oder was das ist da vorne das ganze haus die wärmepumpen haben sie jetzt wenigstens warm da drin gibt nicht genug buchhalteroffiziere ja irgendwie haben wir gerade wenig personal da aber wir haben Lust auf die arbeitslose steckt der bus im stau und wieso kriegst du nur ach saugt die bauindustrie alles weg grad oder wie ja das wäre natürlich blöd wenn uns ans heizkraftwerk ausgeht aber da scheinen genug hin zu kommen weil da einfach viel mehr busse pendeln aber guck mal boah und die fahren alle vollgeladen hier raus aber das heißt wahrscheinlich haben grad so zwei hier alles eingesaugt oder drei und dann hat der eine mann auf vier menschlein gekriegt schätze ich jetzt mal aber das wäre natürlich blöd weil dann wird der bau stehen wenn hier kein personal mehr drin war da ist genug was macht die feuerwehr ja die ist eigentlich auch gut Ölcontainer sind überfüllt ja wieso denn habe ich da keinen Müllplatz zu denen gebaut na lassen wir es laufen aber wir müssen hier den Müllplatz hinflanschen einmal den Müllplatz nicht kontrolliert und ihr kriegt kranke Leute und das sind dann nicht nur die paar sondern das sind alle die der Reihe nach da drin arbeiten die werden dann alle der Reihe nach krank weil sie die Bananenschale im Mülleimer gesehen haben weil 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 also wir könnten irgendwo habe ich doch den kleinen Müllwagen hinten den könnte man mal da hoch schieben wo ist denn der jetzt schafft der schon da oben ne der steht hier den schiebe ich jetzt mal da oben rein und dann müsste der in das Häuschen rein tuckern und da den Müll rausholen aber dieser Müll EU-Müll brennbar aus sonstiger Müll also ich hoffe da da kein Metallschrott oder irgendwas dran steht dass alles durch die Verbrennung geht und jetzt machen wir hier noch einen Müllplatz hin und dass er bloß genug Container hat wo ist er denn vielleicht sollte ich ein bisschen mehr auf meine Meldungen achten wenn ich den da hin mache dann müssen die immer einmal durch den Busbahnhof fahren in den Müllwagen aber das ist ok will ich das so ne so will ich das eigentlich gar nicht so snap da nicht dran aber vermutlich wenn ich hier da würde er dran gehen aber da hat er kein Ausgang des Häuschen egal dann machen wir den da weg und setzen den neben den Bus hier hin und machen aber noch einen Weg dran einmal das kleine Müllplätzchen für große Container bitte und jetzt noch einen Fußweg dass sie auch hinkommen die Leute das sollte aber ein Asphaltfußweg klangen von mir aus so auch wenns krumm schäpps und schief da jetzt durchgeht das muss nur funktional sein grad nicht dass die hier alle krank werden von dem ganzen Müllflotz und da mache ich auch die Prio hin und lasse mich benachrichten und da dürfen alle hin da auch wobei da ich keine Benachrichtigung brauche die brauche ich nur dass ich den da bauen kann mal schauen wie die Skyline so qualmt hier ja da ein bisschen und da hinten die Wiese erst anfangen zu arbeiten wenn man hinguckt so warum sollten wir jetzt Abgase machen wenn du nicht hinguckst und da ja sieht so aus als wenn die zwei Türmchen gerade dann anfangen zu qualmen wenn man hinguckt ja interessant wo waren wir hier auch schon lange her da stehen sie ja schon für die nächsten Teile und hier sind sie alle schon dran finde ich gut was haben wir denn hier jetzt noch ach der Weg und da ist aber auch schon das Häuschen fertig ich kriege die Meldung gar nicht schnell genug gelesen aber jetzt ist genug Beton da aber es fehlen noch 133 Tonnen Beton ich glaube wenn man es ausblendet ich sollte es vielleicht nicht markieren dann wird es nicht so gelb leicht aber ich sehe da hinten wie diese Kühltürme wachsen oder was das ist ganz langsam ziehen die sich hoch wir hatten ja glaubt wir haben jetzt noch 6000 Arbeitstage insgesamt hier drin wobei der Stahl und die Mechanik ist nicht so viel es sind zwei LKW Ladungen mit dem großen 90 Tonner der Beton muss jetzt aber noch rein für den Bauschritt ich hätte gedacht dass hier mehr Mitarbeiter irgendwie ankommen gut der kippt die volle Ladung 123 Leute rein ich frage mich wie die in den Bus reingehen wahrscheinlich so 50 Sitzplätze und im Gang stapeln sie sich ja in der Perspektive sieht man wie sie jetzt hier schön hoch ziehen und die Arbeitstage wegrasseln wie nix ja ich habe ja eigentlich noch was zu tun ich muss ja noch ja ja ich muss noch ich muss noch ich muss noch Stromleitungen machen aber das Kraftwerk ist auch schon im Bau sehr schön der Weg kann auch mit allen gemacht werden so die sollten eigentlich zu dem Müllplatz hin kommen das hatte ich ja geguckt dann machen wir erstmal die Hochspannungsleitung hier muss da hinten dran von hier hier in den Prioritätsschalter ich nehme mal den äußersten ich schaue mal wo ich hinfahren könnte weil vielleicht haben wir da gleich wieder ein Problem hier mit dem Konstrukt jetzt hier ja ist klar da kommt er wieder nicht durch ja wie weit kommt er denn von hier durch kommt er da auch wieder nicht durch habe ich die so schief gebaut dass ich hier nicht durchkomme ich will doch jetzt nicht einmal außen rum ach nee aber wir könnten auch noch hier lang fahren vielleicht wie wäre es denn von hier einmal an Kamis Hütte vorbei hier irgendwo wäre es schon eher möglich da ja da ja alles zugebaut hier Streuner was tust du alles bau dazu was ist hier jetzt im Weg für eine Infrastruktur wir müssen eh erstmal hier raus genau jetzt produzieren wir Strom für uns selber hast du gut gemacht Streuner dann auch Spannungsleitung ich ziehe die jetzt mal einfach mal darüber um zu gucken ob da was geht weil da ist eng da ist eng und da ist eng das hätte ich jetzt nicht gedacht dass das hier ein Problemchen geben kann und ich lasse jetzt auch mal die Masten stehen wenn ich weiß bis wo er geht machen wir einmal bis hier da war doch bald ein grüner Punkt glaube ich so einmal hier quer rüber schön in die Hochspannungsleitung einmal über Kamis Hütte ne das machen wir nicht so die ist schon mal dran was für eine Geburt die Hochspannungsleitung Hammer was habe ich hier getrieben die sind ja gar nicht verbunden einmal die weg und einmal da dran so jetzt müsste die durchgehen und dann bräuchten wir hier noch die kleinen Leitungen eine haben wir ja dran hier da hängt eine dran und die geht hier so lang wo müssen wir mit dem Rest hin dann wird es hier wahrscheinlich auch schon wieder galamarisch vielleicht kommt man hier irgendwie so durch aber wir haben jetzt hier einen Kasten dann schauen wir mal wir könnten ihn hier einmal drüber ziehen heute machen wir mal kein Streuner macht Matschweg machen wir es ohne Matschwege sind zu teuer geworden die Inflation und so darüber dann vielleicht einmal hier hin und jetzt willst du da nicht rum wir sollen ja nicht ist das dir zu nah ach ach dahinter läuft schon ne noch mal sind wir hier vor ja ich bin mir nur grad nicht ganz sicher wo ich hin möchte ob ich auf den oder auf den will deswegen guck ich erstmal nach der dritten dritte müsste hier irgendwo rumhausen wird man ja hier so dran ziehen und dem Häuschen entlang und dann hier schön da durchlaufen lassen also Stromleitungen gehen ganz schnell wenn ihr da keinen Matschweg macht aber da will ich nicht dran ich will eigentlich daneben hier dran irgendwo irgendwo komme ich jetzt da zwischen dem Ding hier nicht durch da war doch grad was ja da ist mir klar genau da müsste aber hingehen die kleine fiese Stromleitung ach das ist ein Lager ich hab grad gedacht was steht denn hier steht ein so großes Lager das war mir nicht bewusst ich hab gedacht hier ist frei und da ist irgendein Förderband verwirrend ja ok wenn man das anblick dann sieht man schon klarer oder wie man auch sagen könnte mit dem zweiten sieht man besser da geht er jetzt nicht dran aber er wird hier hingehen und dann wird er da rum gehen so ne dann habe ich da vorne ja gar kein Anschlussproblem ich ziehe den jetzt einfach hier bisschen neben die da hin so einfach bisschen nebeneinander hocken und dann geht der da rein fertig und der geht da rein Wohnplanung erledigt noch die Wege dran ich will hier jetzt nicht viermal an die Hauptstraße dran gehen kriege ich da hier einen raus der hier gesnappt an der Straße dran vorbeigeht und dann aber noch mit dem verbindbar ist sehr gut so gefällt es mir so weil der Strom muss ja auch noch dran jetzt schätze ich schon fast dass das Werk gleich fertig ist bevor der Rest hier drumrum fertig ist ich habe mich auch noch nicht darum gekümmert dass hier jetzt Material reinkommt und ich kann halt erst Material abladen wenn ich Strom habe mhm war da schon noch zu lange gebummelt die sind beim letzten Bauabschnitt hier dann geht das Ding es steht das Ding offen und wir haben kein Strom auf der Hütte nicht toll der Weg war nicht aktiviert haben die Stromkästen jetzt ihre Fußgängeranschlüsse der noch nicht der braucht noch einen aber das da ist fertig geworden anscheinend alles nicht es war nicht fertig ok ich habe es interrupted so ein Scheibenkleister das war nichts jetzt ziehe ich mir hier halt auch den Matschweg da lang dass er hinkommt will dass das jetzt schnell gebaut werden kann alles die Leitungen ja das sind aber nicht alle dabei so was ist mit den Pimpchen ja da hakt es noch an dem einen Wegstück hier wahrscheinlich ist jetzt mein Müllplatz fertig ne der hatte aber hohe Prio da oben ja sie brauchen halt Asphalt den kann ich jetzt nicht herzaubern ja sie brauchen halt Asphalt den kann ich jetzt nicht herzaubern den kann ich jetzt nicht herzaubern die ganze sieht auf jeden Fall nicht dicht aus 21.000 gibt die Kleidung schon also ich glaube wir haben einfach Inflation deswegen sieht es aus als wenn wir so viel hätten und natürlich alles was wir selbst verbauen das wird auch weniger dann ach die hüpfen jetzt auch schon in die Baustelle rein obwohl irgendwie ne fehlt da was Asphalt fehlt komplett na egal sollen sie sich in der Baustelle vergnügen da haben wir jetzt keinen Kopf ob die arbeitslos sind oder in die Baustelle hüpfen solange unser Heizwerk hier läuft das ist ja schon ein enormes Bauprojekt und keine Ahnung ich habe so ein das ging jetzt einfach mal bam durch das kriegt ihr halt nicht hin wenn ihr noch das ganze Personal von der Grenze holt und alle Waren von der Grenze holt ich habe dezidierte Wege hier hinten und dadurch können die volle Kanne durchpumpen hier also klar die Kipper brauchen aber die blockieren dann nicht die Betonmischer die blockieren nicht die Stahlleute also jeder kann seine Ware holen wo er will und steht halt für seine Ware im Stau hier ist halt der Kiesstau was macht denn hier eigentlich unsere üble lange Straße ich mach mal nein ich lass diesen Matschweg jetzt dran bis das fertig gebaut ist ich will jetzt nicht dass ich da wieder ein Stückchen abschnippeln muss ja die kriegen halt hier im Pendelverkehr zwei Fahrzeuge rein und haben viele Tonnen vor sich aber dann haben wir einmal hier den Weg bis zur Grenze erschlossen wenn ich sie denn nur finden würde wo stehen sie denn wo stehen sie denn da stehen sie und ziehen sie irgendwo da hinten ist die Grenze mal gucken wo wir hier auf der Karte sind ja das sieht für mich so aus dann nach 30% bis da unten irgendwie dann nochmal ein Drittel und dann nochmal eins oder ein bisschen weniger 25% so können sie schön vor sich hin schaffen ich finde schön dass sie die fetten Laster hier dran haben und schön Gas geben können also wären da jetzt kleine Laster dran dann müssten sie noch viel mehr pendeln jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurück kommen es sieht schon fast fertig aus ein ganz schön mächtiges Ding ey ich bin so gespannt wie das läuft und wie das mit der Chemie läuft ich muss Chemie exportieren ich muss den ganzen Spaß noch importieren hätte ich den Strom schon gemacht dann wird da ja schon was gehen aber so muss ja gleich die Mitarbeiter runter schrauben bevor da jemand reinhüpft der gar nichts tun kann ach die Stromleitung die können wir aber noch beauftragen ach die ist die ist schon im Bau oder was ist das hier wieso sieht denn die so halb aus und was ist mit der Stromleitung die hier irgendwo lang läuft die da warum will die keiner bauen ist die nicht connected und geht denn die ach vielleicht kann er was zur Hölle ist das hier habe ich den da nicht dran gematscht der soll habe ich ihn da neben hingesetzt einmal den einzelnen Masten noch weg hier nicht alles habe ich so hart hier durchgefrieselt so machen wir den da mal weg seht ihr so schnell baut euch einen Bug ein jetzt habe ich wahrscheinlich wieder nicht den da hier ist er und da dran so muss das aussehen und jetzt und jetzt müsste es baubar sein von ganz bis hier hin ja das ist jetzt aber eine andere wenn die baubar ist ach so dann ist die Straße hier fertig okay ist okay die ist auch baubar aber eigentlich wollte ich die andere haben ich wollte die da haben und die ist baubar von da ganz hinten jetzt wie viel frisst der Spaß ist ja eigentlich Peanuts 21 Tonnen Kies bisschen Beton 15 Tonnen Stahl kaufen 1,6 Tonnen Elektronik und die hier können jetzt auch anfangen weil Sträschen fertig ist da kippen sie jetzt natürlich auch rein aber wir haben halt auch schon wieder 400 ohne eigene Wohnung das heißt das Haus ist gleich voll wenn es fertig ist Alter Schwede was ist denn hier los ach das ist das Kraftwerk ja das zieht jetzt massiv 700 Tonnen Beton müssen jetzt hier durch die Straße durch und der fährt alleine fällt mir grad auf aber Straßenbauamt hat drin Baumaschinen so transportieren dann heißt es der hat eine Sondergenehmigung sonst könnt ihr ja gar nicht fahren das war mir ja nicht ganz klar ob der jetzt auf eine Ladefläche geht oder nicht und die Kräne rücken an und der Müll rückt an alles in die Verbrennung ein was machen die Müllplätze machen die was das sieht irgendwie so halb angefangen aus und oh ich hab keinen Bock mehr wo ist denn wieso sieht denn das so da aus da müsste... wahrscheinlich wurde es mit Menschen gebaut ohne Bagger benötigt da waren da 24 Tonnen Kies drin das haben die Menschen weggeschafft und der nächste Kies ist noch nicht angekommen da hab ich es abgebrochen hm schade da ging es jetzt noch nicht voran und der Müllplatz hat hohe Brio hat hohe Brio aber irgendwie läuft es noch nicht schön dass ihr dabei wart bis zum nächsten mal